Herzlich Willkommen zu MiraTV. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Es ist der Mira Mann im roten Anzug. Er ist Motivations-Coach, Trainer und Kino-Speaker. Herzlich Willkommen Mira. Ja, recht herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit und auch deine Fragen. Mira, du hast ein Programm. Es heißt Energy Flow. Und was kann sich der Zuschauer darunter vorstellen? Was ist der Energy Flow? Ja, was ist der Energy Flow? Energie ist Leben. Wir brauchen jeden Tag die Energie, um die verschiedenen Aufgaben zu meistern. Das fängt ja schon morgens damit an, einfach aus dem Bett raus zu kommen. Auch dafür brauchen wir Kraft. Wir brauchen Energie auf der Arbeit. Wir brauchen Energie überall, egal was wir tun und machen. Wir brauchen Energie. Flow kommt aus dem Englischen und das ist Fluss, Fließen, das ist Rinnen und es gibt. Jeder kennt die Zeit, wo einem alles leicht von der Hand fällt. Das ist der Flow. Und zusammengenommen ist der Energy Flow. Wie kann ich mit den verschiedenen Techniken jederzeit die Energie, die ich brauche, abrufen, um in diesen Fluss reinzukommen? Und das ist im Gesamten der Energy Flow. Ja, Mira, wo können sich denn unsere Zuschauer sich über dein Programm informieren? Ja, die Zuschauer finden uns in allen großen Social Media Kanälen, also bei Facebook, YouTube, Twitter, Xing, Google Plus und selbstverständlich auch auf unserer Homepage. Das ist Mann im roten Anzug.de. Und da ist ganz wichtig, da haben wir einen Videoblog. Da werden jede Woche neue Videos hochgeladen mit verschiedenen Techniken und mentalen Einstellungen. Die dauern so um die zwei bis drei Minuten maximal. Und die kann man sich angucken und dort die Techniken mal sehen. Selbstverständlich kann man die auch kommentieren und sehr klar. Und wir freuen uns, wenn natürlich auf gefällt mir geklickt wird und das auch mit den Freunden geteilt wird. Das hört sich sehr interessant an Mira. Jetzt stellt sich die Frage, warum machst du das? Was ist deine Absicht dahinter? Ja, meine Absicht kann ich dir mit ein paar einfachen Worten erklären. Ich will den Menschen mit diesen Techniken helfen. Helfen, ein noch glückliches Leben zu führen. Ein noch erfolgreiches Leben zu führen. Es ist nicht das Patentrezept, aber es ist einer der Rezepte, die man nutzen kann. Es gibt viele Wege, die nach oben führen und das ist einer der Wege, die zu mehr Glück, Reichtum und Erfolg führen kann. Das ist meine Absicht. Okay, sehr spannend Mira. Jetzt stellt sich die Frage, welchen Nutzen haben die Zuschauer davon, wenn die diese Techniken umsetzen? Ja, der Nutzen ist ganz einfach. Wenn die Zuschauer diese Techniken umsetzen, werden die auf eine höhere Ebene der Begeisterung und Leidenschaft aufsteigen und die täglichen Herausforderungen mit Gleichkeit meistern. Das ist der Nutzen, den die Leute dadurch haben. Ich verspreche es auch, es funktioniert. Ja, vielen Dank Mira, dass du heute hier warst. Jetzt kommen wir auch schon dem Ende zu. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben und dabei waren und sich die Zeit genommen haben. Demnächst werden wir Sie mit weiteren interessanten Neuigkeiten bereichern und wir wünschen Ihnen eine charmante Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr MiraTV Bis zum nächsten Mal.